Die 6. Macht muss, wenn möglich, die größte Streitkraft der Menschen werden. Damit ein Befreiungsschlag gegen die übermächtige Skyns gelingen kann. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Wachen! Schmeiß den raus! Du bist keiner unserer Commander mehr. Aber durch dich haben wir den Wert von Emotionen erkannt und so unsere Effizienz gesteigert. Hilf dort, wo Hilfe gebraucht wird. Tu das und du wirst von mir wie ein Kleriker waren. Lass ihn durch. Ich will zu Kaya. Wenn du nur ein halb so guter Vater wärst, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Du bist ein Grenzgänger und hattest nie wirklich einen Anführer, dem du die Treue gehalten hast. Männer wie du sind gefährlich. Ich werde dich im Auge behalten, Freundchen. Alps und Outlaws im Norden. Arsaker und Kleriker im Westen. Bald werden die Ketzer büßen. Geh und überzeuge sie davon, mit dir in den Krieg gegen die Skions zu ziehen. Bevor es zu spät ist. Bestie von Xarko. Nenn mich nie wieder so. Das ist Geschichte und schon viel zu lange her, um wahr zu sein. Selbst wenn ich deine Verbrechen vergessen sollte, ich werde dir nicht durchgehen lassen, dass du meinen Sohn in Gefahr gebracht hast. Lex hätte sterben können da draußen, wo du ihn hingeschleppt hast. Da ist es wieder. Die Verblendung. Der Irrweg, auf dem du dich befindest. Mach auf, Jax!